hey und herzlich willkommen zu diesem neuen video heute mal in etwas anderer form und wie ihr vielleicht im hintergrund schon sehen könnt sind wir hier an einem ziemlich nicen spot allerdings haben wir etwas pech mit dem wetter und deswegen habe ich mir das einfach mal zur challenge gesetzt aus diesen tristen wetter mal die besten shots zu ziehen und ich bin selber gespannt was dabei herauskommt und wie das resultaten letztendlich aussieht also bleibt auf jeden fall gespannt ich bin natürlich nicht alleine unterwegs sondern gemeinsam mit dem hallo mit dem jona und wir haben heute die möglichkeit ja schaut mal da die ganz neuen tamron linsen auszuprobieren und gerade filme ich auch schon mit dem 17 bis 28 mm f 2.8 und ich bin wirklich mal gespannt was die neuen linsen von tamron denn wirklich können und ja das versuche ich heute auch mal ein bisschen für euch herauszufinden bei so einem wetter versuche ich meistens mein fokus nicht unbedingt auf dem himmel zu richten sondern mir eher interessante dinge im vordergrund zu suchen um halt einen interessanten bild look zu kreieren und da bietet sich so ein baumstamm im wasser natürlich relativ gut an und der kann da natürlich nicht ohne grund hin aber ja ich sage mal nichts weiter dazu ach wie schön ist die natur jacob was machst du da ja manchmal muss man sich auf dem bilder so schlecht bauen ne oh ja genau so womit ich in meinen bildern auch immer sehr gerne arbeite sind ganz einfach spiegelung und so ein wahnsinnig ruhiger see ist doch perfekt dafür und ihr seht schon wie schön sich der wald dort im wasser auch spiegelt bei solchen licht situation achte ich auch besonders auf ein cooles framing im bild denn das verleiht ja wie ich finde immer noch mal das bild eine ganz besondere note oft nutze ich auch einige hilfsmittel wie beispielsweise ja blätter die hier irgendwie noch an den bäumen hängen eine glaskugel oder manchmal auch sogar einen filter und nicht einen nd filter für langzeitbelichtungen sondern einfach um eine coole komposition zu bekommen ich möchte mich halt nicht vom wetter abschrecken lassen wenn die sonne beispielsweise nicht ganz so geil rauskommt und die farben im himmel nicht so mega cool aussehen denn wie ich finde hat auch solch ein wetter so einen ganz besonderen charme im bild und ich bin auch ein großer fan von so einem moody look im bild wenn so ein leichter nebel aufkommt und es so ein bisschen regnerisch draußen aussieht ich bin jetzt auch schon wieder zu hause angekommen und ja um ehrlich zu sein ist es jetzt der nächste tag allerdings habe ich die bilder schon bearbeitet und ich bin wirklich zufrieden mit den bildern die denn letztendlich entstanden sind wie immer interessiert mich natürlich auch eure meinung also schreibt sie mir ruhig mal unten in die kommentare und damit würde ich das video jetzt auch schon wieder beenden wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt schaut gern mal auf instagram vorbei da findet ihr natürlich noch mehr bilder die ich gemacht habe der link ist natürlich auch unten in der video beschreibung und damit würde ich sagen ciao und bis zum nächsten mal